Herzlich willkommen bei MECO MOOC. In diesem Video informieren wir Sie über den Ablauf des MOOCs und liefern Ihnen Hintergrundmaterialien zur Entstehung. Die Abkürzung MECO steht für Medienkompetenz in der Lehre. Bevor wir mit dem Inhalt starten, möchten wir uns kurz vorstellen. Wir sind die Menschen, die für die Konzeption des MOOCs zuständig sind. Ich heiße Artron Gröblinger. Ich leite die Abteilung Neue Medien und Lerntechnologien an der Universität Innsbruck. Ja, mein Name ist Martin Ebner. Ich bin der Leiter der Organisationseinheit Lehr- und Lehrtechnologien an der Technischen Universität Graz. Und ich lehre vor allem an der Universität unter anderem Technology Enhanced Learning und beschäftige mich daher auch mit digitalen Kompetenzen. Digitalen Kompetenzen für die Schule, für die Universitäten, überhaupt für die Gesellschaft. Und aus solches freue ich mich wirklich auch in diesem MOOC tätig sein zu können. Mein Name ist Marlies Schädler. Ich bin an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg im Bereich Mediendidaktik tätig. Ich heiße Thomas Schrofenecker und arbeite an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg als Medienpädagoge. Mein Name ist Gerhard Brandhofer. Ich plane, lehre und forsche an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Dabei sind die digitalen Kompetenzen der Lehrenden, der Schülerinnen und Schüler einer meiner Schwerpunkte. Mein Name ist Stefan Schmid. Ich bin der Leiter der virtuellen Pädagogischen Hochschule. Die VPH ist ein Bundeszentrum des Bildungsministeriums und wir sind dafür da, digital innovative Hochschulbilder in Österreichs pädagogischen Hochschulen zu etablieren. Hallo und herzlich Willkommen an der Johannes Kepler Universität Linz. Mein Name ist Klaus Miesenberger. Ich bin Professor für Informatik am Institut für Informatik und beschäftige mich im Rahmen des Instituts integriert Studieren seit ungefähr 25 Jahren mit dem Thema Technologien für Menschen mit Behinderungen und dabei auch mit der Thematik wie man allgemein Software und Websysteme heute barrierefrei gestaltet. Mein Name ist Elke Höfler. Ich bin Mediendidaktikerin. Ich bin Fachdidaktikerin für romanische Sprachen und ich lehre an der Universität Graz an den Fachhochschulen in Burgenland in Kärnten und bin auch an den pädagogischen Hochschulen in der Lehrenden-, Fort- und Weiterbildung tätig. Meine Forschungsschwerpunkte sind grundsätzlich alles, was mit Sprachdidaktik zu tun hat, mit Mediendidaktik zu tun hat. Ich versuche da auch die Verbindung zu bringen. Und ja, was mache ich sonst? Social Media, MOOCs sind ein großes Thema und Literaturdidaktik. Warum braucht es einen MOOC zum Thema Medienkompetenz in der Lehre? Wir haben diese Frage einigen unmittelbar Betroffenen gestellt. Hören Sie selbst. Man braucht im Alltag immer mehr Computers und verwendet das immer mehr. Deshalb finde ich, Kinder und Schüler sollten den Umgang mit so Geräten lernen. Jeder Mensch hat das Grundrecht auf Bildung und daher auch ein Recht auf digitale Kompetenzen. Medienkompetenz wird, ist eine konditionsinekanal für die Zukunft. Einfach weil die Digitalisierung immer mehr voranschreitet und man dann auch später im Job viel damit zu tun haben wird. Dass durch digitale Medien Innovation möglich wird, dass digitale Medien ein breiteres Spektrum ermöglichen und ein weiteres virtuelles Fenster aufmachen. Wir werden jeden Tag mit Medien konfrontiert und es ist sehr wichtig, diese zu beherrschen. Sie sind eine Erweiterung der Methodenvielfalt. Sie ermöglichen auch eine zeitgemäße Darstellung beziehungsweise Visualisierung von komplexen Unterrichtsinhalten. Wer soll denn das, wie sollen das die Schülerinnen lernen, wenn das die Lehrerinnen nicht können? Und es kann nicht sein, dass da nur eine Lehrperson dafür zuständig ist, sondern das muss wirklich, damit das greift, muss das eben ein umfassender Ansatz sein, der von allen getragen wird. Der MECOMUG besteht aus sechs Modulen. Die Module sind in sich geschlossen und können auch einzeln absolviert werden. Teilweise bauen die Module aufeinander auf, weshalb wir empfehlen, sie in der vorgeschlagenen Reihenfolge zu absolvieren. Im Prinzip sind alle sechs Einheiten gleich strukturiert. Sie beginnen mit kurzen Videos. In den Videos werden die zentralen Inhalte der Module präsentiert. Außerdem gibt es für jede Einheit Zusatzmaterialien, deren Inhalte wir Ihnen nahe legen. Wer sich für die jeweiligen Themen näher interessiert, findet auch noch weitere Ressourcen. Am Ende jeder Einheit können Sie Ihr neu erworbenes Wissen in einem Selbsttest überprüfen. Diese Tests können Sie mehrmals wiederholen und Sie bekommen auch Hinweise auf die richtigen und falschen Antworten. Wer eine Kursbestätigung für den MECOMUG möchte, muss alle Tests erfolgreich abschließen. Das heißt, jeweils mindestens 75% richtig haben. Das ist aufgrund der Wiederholungsmöglichkeiten und des Feedbacks erfahrungsgemäßig nicht so schwierig. Im Anschluss finden Sie eine Präsentation mit einem Überblick zu allen Modulen, den Inhalten und Lernzielen. Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg mit dem MECOMUG. Das ist aufgrund der MECOMUG. Untertitelung des ZDF, 2020